Warte mal, da vorne ist doch was. Jetzt nur bist du im Box. Okay, machen wir das auf. Ein Zettel, auf dem draufsteht. Okay. Hahaha, komm aufs Trampolin. Ist auf dem Zettel noch was? PS, dort gibt es eine Überraschung. Okay. Das hole ich alles mal mit. Hm. Ich bin nicht gespannt, was es auf dem Trampolin jetzt noch gibt. Oder ob der mich jeder verarscht. Hat mich schon oft genug verarscht, dieser Typ. Oh Mann, oh Mann, mein Freund. Oder vielleicht kriegen wir es übrigens, oh endlich. Das wäre auch mal was wert. Und wenn wir sie endlich mal verdammt auch mal bekommen werden. Wir sind jetzt auch so gleich zu Hause beim Trampolin und dort werden wir ja dann gucken, was es dort gibt. Oh Mann, ich riecht dann wie Gurken so in meiner Nase. Ich weiß nicht, ob ich bin ein bisschen krank. Ja Mann. Gurken so in 2.0. Also Freunde, ich kann nicht mehr schnell, weil ich sie nicht in den Boxen dabei habe. Na ja, ich kann sie ja gleich abstellen. Na ja, ich kann sie ja gleich abstellen. Okay, Freunde. Vielleicht ist der Weg überstanden. Ich stelle die Box zum Feuer irgendwo ab. Wie ich das nicht mehr aushalte. So. Freunde, ich bin gleich da. Und dann stelle ich das ab. Und die Welt gerade auch wieder. So. Hier, guck mal. So, noch was trinken. Und jetzt nichts ist mir los. Okay, Freunde, ich komme jetzt. Ich gehe doch ohne Ball rauf. Ich nehme noch hier diesen Mini-Ball mit. Okay, ich habe Grundsatz geschrieben. Ich bin jetzt da. Und er schreibt sehr gut. Ich habe jetzt erst mal gefragt, was genau soll ich hier machen. Und er ist mir auch schon gerade. Du musst hier die Challenges machen. Wenn du alle Challenges auf dem Trampolin bestehst, dann dann bekommst du XOXO zurück. Und ich Freunde, ich habe mich natürlich sofort auf eingelassen. Oki und Oki und Ayuroki sind gerade noch reinkaufen. Die ruf ich vielleicht noch früher an. Weil die waren jetzt die ganze Zeit nicht mehr dabei. Weil die haben mich ja am Anfang eigentlich begleitet gehabt. Als ich jetzt irgendwie so verschwunden war, hat Oki Detektiv gespielt und sowas. und dann ja, okay. Okay. Hallo, Ayuroki. Ja. Okay. Ja, wir müssen jetzt zusammen die Trampolin-Challenge machen, Freunde. Da bist du auch noch geschrieben, wir müssen die Trampolin-Challenge zusammen machen. Ja, okay. Komm her, ja, okay. Wir bekommen jetzt alles zurück, Ayuroki. Ja, okay. Was? Du bist in einer Minute schon da? Okay. Freunde, es gibt gute Neuigkeiten. Okay, und Ayuroki haben uns jetzt fertig eingekauft, endlich mal. Hat jetzt eine halbe Stunde gedauert. Ich war jetzt hier eine halbe Stunde alleine mit Gewinx und ja, sie sind gleich da. An der Zeit springe ich noch ein bisschen. Natürlich mit Kamera, Freunde. mit Kamera bin ich natürlich immer ein bisschen vollstiger als ohne. So. Wow, der Ball. Okay, wir machen jetzt herrscher mal die Ball-Challenge als Zeitvertreibung, Freunde. Der Ball darf aber nicht in die Füße kommen, der tut sich aus. Verletzt mich. Okay. Also, Fußballschielen wäre ein Rampolin. So nennt mich die Challenge jetzt. Okay. Wow. Boom. Boom. Oh. Okay. Der renner jetzt, das muss man nicht mehr vor. Okay, okay, komm. Okay. Okay, ich glaube, das ist halt nicht, auch schon kommen. Ich glaube, Ayo Wuxi und Oki, seid ihr das? Hallo? Wer seid ihr in der nächsten Äh, was jetzt nicht? Folgt. Ayo Wuxi, Oki? Ja. Okay. Seid ihr bereit? Ayo Wuxi, Oki, Freunde, seid ihr bereit? Ja, alle müssen bereit sein. Die Trampolin-Challenge beginnt in 3, 2, 1. Wer seid ihr in der nächsten Folge? Bis bald, Freunde. Bis bald.